Hallo Freunde der Lichttechnik. Ich bin der Jens Peter und wir lernen nun, wie man Cues in Cue-Listen einfügt. Wie ihr sehen könnt, habe ich bereits eine kleine Lichtstimmung eingestellt. Diese fügen wir jetzt in eine Cue ein. Doch dafür brauchen wir noch eine Cue-List und die erstellen wir uns nun. Dafür gehen wir wieder in den Projektexplorer und in den Bereich Cue-List und erstellen uns dort die Cue-List. Zum Beispiel benennen wir diese jetzt entsprechend Demo-Add-Queues. Die Cue-Liste öffnen wir und sind nun bereit die Cue hinzuzufügen. Das geht auf zwei Arten und zwar einerseits im Cue-List-Editor über den Add-Queue-Button oder links im Side-Paddle mit dem Add-New-Queue-Button. Beides mal öffnet sich das Programmer-Filter-Fenster. Hier sind sämtliche aktuell im Programmer hinterlegten Werte dargestellt. So sehen wir links sämtliche Geräte bzw. Gerätegruppen, für die Werte hinterlegt sind und rechts die entsprechenden Werte. Also beispielsweise für die untere Scheinwerfergruppe sehen wir, die jetzt hier aktuell ausgewählt ist, dass ein Farb- und ein Dimmerwert hinterlegt ist. Diese Werte sind auch vorausgewählt. Demo-Ex-Control macht diese Vorauswahl anhand der zuletzt geänderten Werte. Das heißt, alle Werte, die sich seit dem Speichern der letzten Cue geändert haben, werden hier selektiert. Wir können diese Selektion natürlich auch anpassen, indem wir zum Beispiel diesen Haken hier entfernen. Da wir aber diese Lichtstimmung so speichern möchten, wie sie hier dargestellt wird, machen wir den Haken wieder rein und speichern diese Cue so wie sie ist. Nun sehen wir mehrere Dinge. Einerseits hat sich jetzt hier im Cue-List-Editor eine neue Zeile erstellt. Diese Zeile ist jetzt unsere neue Cue. Außerdem sehen wir, dass jetzt hier das Name-Feld vorausgewählt ist und wir jetzt einen Namen eingeben können. Es ist sinnvoll, hier einen Namen zu vergeben, denn so finden wir diese Cue später ganz einfach wieder. Wir können jetzt diesen Namen beispielsweise anhand der Farben der Cues festlegen. Also hier beispielsweise orange and blue. Dieser Name ist aber natürlich vollkommen frei wählbar. Außerdem können wir die Cue noch etwas konfigurieren. Beispielsweise können wir hier einen Trigger auswählen für diese Cue. Was es mit diesen einzelnen Triggern hier auf sich hat, das erzählen wir in einem separaten Video. Für den Moment reicht die Auswahl Manual. Außerdem können wir hier rechts die Fade- und Delay-Zeiten festlegen. Die Fade-Zeit ist die Zeit, in der eine Cue einblendet. Die Delay-Zeit ist die Zeit vor dem Einblenden. Das heißt, so lange wartet die Cue, bis sie eingeblendet werden darf. Was diese Werte bedeuten und generell auf den Lebenszyklus einer Cue gehen wir ebenfalls in einem separaten Video genauer ein. Wenn ihr hier rechts schaut, hat sich auch hier etwas verändert. Denn im Programmer sind nun sämtliche gerade gespeicherten Werte grün geworden. Das bedeutet, dass diese Werte nun in einer Cue hinterlegt sind. Das bedeutet auch, dass diese Werte nun beim nächsten Speichern einer Cue nicht mehr vorausgewählt werden. Nun haben wir unsere Lichtstimmung gespeichert und wir können eine neue speichern. So können wir jetzt beispielsweise die Farbe der LED-Scheinwerfer hier etwas verändern, zum Beispiel in ein Lila. Wir können auch beispielsweise hier die Moving Heads jetzt einschalten und sie zum Beispiel ebenfalls mit einer Farbe versehen. Wir sehen also jetzt, haben wir eine neue Lichtstimmung erzeugt. Die unteren Scheinwerfer, die lassen wir jetzt einfach mal so wie sie sind. Diese neue Lichtstimmung, die können wir jetzt wieder speichern. Also klicken wir wieder auf Add Cue und sehen jetzt im Programmer Filter, dass sich jetzt hier nicht mehr alle Werte automatisch ausgewählt haben. Denn beispielsweise in der unteren Scheinwerfergruppe haben wir ja nichts geändert. Die Moving Heads Werte sind jetzt alle ausgewählt, weil die sind ja neu spät dazugekommen. Bei den LED-Scheinwerfern haben sich nur die Farbwerte geändert. Auch hier könnten wir jetzt wieder andere Werte hinzunehmen zum Speichern. Da die Vorauswahl ab und so schon ganz sinnvoll ist, klicken wir jetzt auch wieder einfach auf OK. Auch jetzt sind wieder alle Werte links grün geworden. Nun geben wir auch dieser Cue einen Namen, zum Beispiel dem Has On. Und wählen natürlich, damit wir konsistent sind, auch noch die Farbe aus. Also On and Orange. Gut, jetzt haben wir auch diese Lichtstimmung gespeichert. Jetzt können wir die Cue-Liste ausführen. Das Problem ist jedoch, dass noch Werte hier im Programmer hinterlegt sind, die aktuell ausgegeben werden. Damit wir uns also die Lichtstimmung der Cue-List anschauen können, müssen wir erst den Programmer löschen. Das machen wir wieder über den Clear-Button. Nun können wir die Cue-List starten und sehen jetzt nach dem Einblenden die erste Lichtstimmung und nach dem weiteren Ausführen die zweite Lichtstimmung. Es hat also alles so funktioniert, wie wir das wollten. Wie wir jetzt hier eine bestehende Cue ändern, das schauen wir uns im nächsten Video an. A. C. B. A. A.